Ich lese das Kamerahandbuch Canon EOS 700D, ihre Kamera im Praxiseinsatz von Galileo Design. Das ist dieses Buch und das hier ist die zugehörige Kamera, die kann ich auch mal eben zeigen. Die finde ich relativ gut. Da war ein 18-135mm Objektiv bei, wegen des Sensors gibt es da noch einen Korrekturfaktor von ungefähr 1,4. Und ich habe mir dazu gekauft, ein Weitwinkel 10-18mm. Ich bin auch mit dem Objektiv, mit dem großen Zoom-Bereich sehr zufrieden. Und ich bin angekommen in Kapitel 2, die Technik der Canon EOS 700D bei 2.1 Spiegel und Verschluss im Abschnitt. So entstehen die Aufnahmen. Es geht los mit einem Tipp, der befindet sich abgesetzt. Auf dem Seitenrand. Tipp, wenn Sie das Hochklappen des Spiegels einmal genau ansehen möchten, aktivieren Sie die manuelle Sensorreinigung. Denn dabei wird der Spiegel hochgeklappt. Allerdings sollten Sie dabei vorsichtig sein, denn durch den nun ebenfalls geöffneten Verschluss kann Staub oder ähnlicher Schmutz viel leichter direkt auf den Sensor gelangen. Ich habe das schon mal gezeigt, wie das geht. So. So entstehen die Aufnahmen. Eine Fotoaufnahme entsteht durch das Einfallen des Lichtes auf den Film bzw. bei digitalen Kameras auf den Bildsensor. Durch Drücken des Auslösers öffnet sich der Verschluss, der das Licht für einen bestimmten Zeitraum hindurch lässt. Bei der Spiegelreflexkamera wird jedoch das einfallende Licht durch den Spiegel in den Sucher umgelenkt. Deswegen wird beim Auslösen zunächst der Spiegel hochgeklappt. Das Licht kann nun ungehindert auf den hinter dem Spiegel befindlichen Sensor fallen. Da nach dem Hochklappen des Spiegels der Verschluss ebenfalls geöffnet wird. Der hochklappende Spiegel bei der Aufnahme erzeugt das für eine Spiegelreflexkamera typische Geräusch. Während der Spiegel hochgeklappt ist, können Sie im Sofa allerdings kein Bild mehr sehen. So, dann kommt der Live-Bild-Modus. Hier ist nochmal ein Bild, wie das veranschaulicht, zwei Bilder, die das veranschaulichen, wie das Licht einfällt und entweder im Sucher landet oder auf dem Bild-Sensor. Live-Bild-Modus. Als Alternative zum Sucher verfügen alle aktuellen Spiegelreflexkameras auch über einen Live-Bild-Modus. Dabei wird das anvisierte Motiv, wie bei Kompaktkameras, die ja in der Regel keinen Sucher haben, Klammer zu, vor der Aufnahme im LCD-Monitor dargestellt. Damit das funktioniert, wird der Spiegel einfach nach oben geklappt und der Aufnahmesensor zeichnet das Vorschaubild auf. Da kann auch der Hilfsspiegel eingeklappt, da dann auch der Hilfsspiegel eingeklappt wird, der in der Autofokus-Einheit reflektiert, müssen Sie bei Ihrer EOS 700D den Flexi-Zone-AV verwenden. Hier Seite 86. Oder gleich manuell fokussieren. Wenn Sie manuell scharf stellen, können Sie sich die Arbeit mit einem Zehnfach-Zoom des Vorschaubildes leichter machen. Um die Kamera ruhig zu halten, ist bei einer solchen Aufnahme ein Stativ zu empfehlen. Also näher heranzoomen, zum digitalen Zehnfach-Zoom, damit man es ordentlich scharf kriegt. Und das Ganze auf dem Stativ. Ansonsten kriegt man die Bilder nicht so schön scharf wie der Autofokus. So kommt das gerade bei mir an. Habe ich so auch noch nicht großartig ausprobiert. Ich weiß aber, dass es gut ist, wenn man das so macht. Die Bildschärf lässt sich auf dem LCD-Monitor mit der herkömmlichen Ansicht Bild oben nur schwer beurteilen. Mit Hilfe der Zoom-Funktion und der damit verbundenen Bildvergrößerung Bild unten gelingt es problemlos. Für ein Foto muss Licht auf den Sensor fallen und die Dauer des einfallenden Lichtes bestimmt der Verschluss. Ist es eher dunkel, dann muss der Verschluss lange geöffnet sein, um möglichst viel Licht auf den Sensor fallen zu lassen. Ist es dagegen sehr hell, reicht eine kurze Belichtungsdauer aus. Also eine kurze Öffnung des Verschlusses. Aus mechanischen Gründen werden kürzere Zeiten als die Bild-Synchronzeit von 1,200 Sekunden durch einen Schlitz gebildet, der über den Sensor läuft. Denn die Verschlusslamellen lassen sich gar nicht so schnell bewegen, dass der Sensor innerhalb von einer Viertausendstel Sekunde komplett freigelegt und wieder bedeckt werden kann. So, jetzt wird das Ganze erklärt. Das ist der Verschluss nicht immer richtig so. Das interessiert mich jetzt. Das ist der Verschluss nicht immer richtig. Vielen Dank. Mhm. Mhm. Da ist die. Oder auch nicht. Könnte ich mal besser. Ich glaube der Verschluss ist gar nicht im Objektiv. Naja macht nichts. So. Auf jeden Fall sieht man so wie man den Sensor hochkriegt. Und so kann man ihn auch wieder runter. Der Verschluss ist im Objektiv, da kann man keiner erzählen. Da steht wieder Blödsinn im Buch, da klappt nur der Spiegel. Ich habe es rausgekriegt. Wusste ich es doch. Also Verschluss im Objektiv, nicht in der Kamera. So. Die EOS 7D verfügt über einen Schlitzverschluss der sich unmittelbar vor dem Sensor befindet. Das ist alles nicht richtig. Ich lese das nicht vor. Also wie gesagt, wenn man sich das anguckt und mit TV, also der Zeitvorwahl, Time Vibration, Zeitvorwahl TV anguckt, stellt mal fest, dass da nur der Spiegel klappt und der Verschluss, den es gibt, bewegt sich im Objektiv. Deshalb hat so ein Objektiv auch einen Verschleiß und geht irgendwann kaputt. So. Und was kaputt geht in der Kamera ist der Spiegel. Der ist auch ziemlich laut, habe ich gerade wieder gehört. Und 10 Minuten sind jetzt rum und ich mache dann die nächsten Tage weiter. Tschüss. 12 Minuten sind 2 Minuten zam säga. 22 Minuten. 45 Minuten sind Wah улиzкой. Nö. 40 Minuten sind Wahload. 20 Minuten sind Wahfitfrau. 50 Minuten sind am 7.